Hallo lieber Shopware interessierte Zuschauer, mein Name ist Marcel Krippendorf, ich bin Autor des Buches Online Shops mit Shopware und erstelle auf Basis von Shopware moderne Online Shops und heute geht es in diesem Video um die Frage nach der Professional Edition. Viele Fragen erreichen mich von Kunden und potenziellen Kunden, die fragen, was habe ich denn eigentlich davon, wenn ich das Geld ausgebe und diesen Fragen möchte ich heute in diesem Video mal nachgehen. Bis gleich! Wie angekündigt geht es jetzt um die Shopware Professional Edition und was diese beinhaltet, was Sie damit anstellen können und welchen Vorteil Sie eigentlich dadurch haben, wenn Sie die 1295 Euro einmalig investieren. Es gibt vier große Punkte, die es hier zu beachten gilt und zwar ist es zum einen, Sie bekommen die sogenannte Silver Surround, Was heißt das? Die Silver Subscription berechtigt Sie, ein Jahr ab dem Kaufdatum mit Shopware, also dem Hersteller, in Verbindung zu treten und bei Fragen und Problemen sich helfen zu lassen. Auch ganz konkret, dass Shopware auf Ihren Shop direkt mit drauf guckt. Das hilft Ihnen zum einen, wenn Sie Ihren Shop komplett eigenständig aufbauen wollen, bei Fragen, die vielleicht doch unvorhergesehen kommen, Unterstützung zu bekommen, aber auch Technologiepartner bzw. technischen Unterstützern wie mich als Shopware Freelancer oder anderen Agenturen bei Fragen, die vielleicht stark in die Tiefe gehen, sich helfen zu lassen. Also das ist in jedem Fall ein lohnendes Investment. Die Silver Subscription geht entsprechend per Mail, das heißt Sie haben damit keinen Telefonkontakt. Sie könnten dies Telefonkontakt optional über die Gold Subscription mit hinzubuchen, das ist aber dann wiederum ein separater Bestandteil und nicht Standardbestandteil der Shopware Professional Edition. So, das war Punkt 1 von 4. Als nächstes gehen wir hier weiter auf der Seite, berichtet Shopware hier von Einkaufswerten Vorlagensets. Das ist soweit richtig. Es gibt auch für die Community Edition Vorlagensets, die sind allerdings etwas eingeschränkt, da gibt es drei. Für die Professional Edition gibt es dann nach jetzigem Stand vier weitere vorbereitete Einkaufswerten, die Sie nach Ihren Vorstellungen nur anpassen können. Customer Streams gibt es ebenfalls auch in der Community Edition, Product Streams ebenso, deswegen gehe ich darauf jetzt nicht weiter ein. Subshops gibt es ebenfalls in der Community Edition, das heißt auch dafür müssten Sie theoretisch nichts bezahlen, aber es ist hier mit dabei. Und, aber wie gesagt, da es in der Community Edition mit dabei ist, gehe ich hierauf nicht separat ein. So, dann haben wir schon die exklusiven Features im Standard. Support über den Hersteller, das war Thema vor anderthalb Minuten. Und jetzt geht es weiter mit dem Storytelling und dem Digital Publishing. Das sind Einkaufswelten-Elemente, die Sie nur über die Professional Edition erwerben können und nicht separat über den Plug-in-Store. Ich öffne mal ein weiteres Tab und schon springen wir zu den Einkaufswelten und wie Sie prägende Erlebnisse schaffen. Zunächst geht es hier einmal um das Storytelling. Storytelling heißt, Sie haben großflächige Bilder, die also auch wirklich den vollen Bildschirm ausfüllen. Und das heißt, hier können Sie wirkliche Erlebniswelten schaffen. Wenn man sich das mal etwas weiter unten anschaut, können Sie zum Beispiel hier an diesem Bereich auf Rezepte aufmerksam machen, die Sie entsprechend mit anbieten könnten, als Service zum Beispiel. Oder das Ganze geht hier weiter. Genau, hier an diesem Punkt sieht man das ganz schön Apfel-Lachs-Süppchen. Könnte man hier quasi ein Hintergrundbild hinterlegen und direkt sagen, all das, was der Kunde hier sieht, also um dieses Lachs-Süppchen entsprechend zu kochen, könnten Sie in einem Product-Stream hinterlegen. Und der Kunde könnte sich diese Produkte dann, wie hier zu sehen, direkt auf der Seite aufmachen und sagen, okay, ich will all das haben und packe das in den Warenkorb. Gleichzeitig geht natürlich hier auch, dass Sie direkt das Rezept mit verbinden. Erster Schritt, die Hälfte des Lachs in Salzwasser für die Garnitur bis fürs Garen. So und so weiter und so fort. Das heißt, hier könnten sogar neben dem eigentlichen Verkauf auch Service stattfinden, so dass Sie hier entsprechend auch zum Beispiel das Rezept, wie in diesem Fall, mitgeben können. Genau. Das wäre das Storytelling inklusive Sideview, heißt das hier. Das kann man von unten nach oben aufmachen oder von rechts nach links. Das ist also relativ, also das können Sie frei entscheiden. Und das wäre eben entsprechend, wie gesagt, das Erlebnis der Storytellings. Großflächige Bilder, erzählweise Überbilder, über wenig Text, aber auf jeden Fall, sodass der Kunde das, dass es für den Kunden ansprechend und schön aussieht. Das nächste wäre das Quickview. Quickview heißt, ich bin in der Kategorie und muss diese nicht verlassen, um konkret direkt auf die Produktdetailseite zu wandern, sondern kann hier schon sagen, ja, öffne mir sozusagen all die wichtigen Informationen in einem Overlay, sodass ich hier alles direkt sehe und die Kategorie gar nicht erst verlassen muss. Dann kann ich hier sagen, entweder zum Produkt oder könnte direkt sagen, aus dem Quickview möchte ich das Ganze gerne kaufen. Das ist eben ein Bestandteil. Das hilft also, um den Kunden schneller zielführend, ja, zu den Produkten zu gelangen, zu denen er möchte. Weil hier ist es natürlich einfacher, es so ein Fenster zu schließen, wenn man sieht, das ist jetzt nicht ganz das, was ich gesucht habe, als die Produktdetailseite wieder zu verlassen und sich ein neues Produkt auszusuchen. Das hier ist auf jeden Fall mal schneller gemacht. Das Quickview sollten Sie aus meiner Erfahrung heraus definitiv aktivieren, wenn Sie die Professional Edition einsetzen. So, Kaufen aus dem Listing ist ebenfalls möglich. Das heißt, für keine Variantenartikel können Sie direkt im Listing sagen, in den Kategorien sagen, der Kunde kann das direkt von dort aus in den Warenkorb packen. Filter und Sortierungen übergehe ich mal. Das ist auch Standardbestandteil der Community Edition. Und jetzt kommen wir hier schon zum Digital Publishing. Wie sieht das Ganze aus? Mit Digital Publishing können Sie, ähnlich wie Sie es von Photoshop kennen, mehrere Ebenen hintereinander legen. Das heißt, Sie haben hier zum Beispiel ein Hintergrundbild, einen Text, der hier geschrieben wird und einen Button zum Beispiel. Der große Vorteil, normalerweise in der Community Edition müssten Sie ja den Umweg gehen, wenn Sie Text auf Bildern haben wollen, dass der Text auf Bildern zu sehen sein muss. Das heißt, das ist auch nicht von Google indizierbar, weil für Google ist nur ein Bild da und das war's. Mit diesen Ebenen können Sie eben sagen, okay, ich habe ein Hintergrundbild und darauf folgt bitte Text und der enthält folgende Wörter, folgende H1, H2, H3 Überschriften, sodass dies auch von Google auslesbar ist und natürlich so auch einen SEO-Push geben kann. Und gleiches gilt natürlich, dass hier ein Call-to-Action mit Jetzt-Entdecken, wie hier zum Beispiel, wesentlich ansprechender wirkt, als wenn man das nur auf das Bild packt und das ganze Bild verlinkt. So, also das war das Digital Publishing, da haben wir eben die gestalterischen Ebenen, eine Live-Vorschau, Sie können SEO-Texte hinterlegen und so weiter und so fort und natürlich hier auch direkt die Übersetzungen für Subshops zum Beispiel nutzen, dass da auch wieder Zeit spart. Genau, das waren also Punkt 2 und 3, sprich das Storytelling, so wie es hier zu sehen ist und das Digital Publishing, so wie es hier zu sehen ist. Jetzt kommen wir zu dem für mich größten Vorteil der Professional Edition und zwar Pickware, das Shopware ERP, das quasi eine Warenwirtschaft direkt in Shopware integriert und nicht separat behandelt, wie andere Warenwirtschaften das Ganze tun, sondern der große Vorteil ist, Sie haben alles in der Haube, die Daten werden live abgeglichen, abgerufen und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. So, wie versprochen geht es jetzt um Pickware, welche Vorteile haben Sie dadurch, was kann das Pickware für Sie leisten, also sprich das Shopware ERP und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Also, zunächst einmal öffne ich hier die Plug-in-Konfiguration, weil auch Pickware ist, in Anführungsstrichen, ein integriertes Plug-in, so wie Sie das Ganze andere auch kennen. So wird auch Pickware installiert und kann entsprechend auch konfiguriert werden und das Ganze funktioniert wie folgt. Also, ich habe zum einen, ist das Ganze Subshop-fähig und kann hier entsprechend sagen, Eingabe von Einkaufspreisen erfolgen die Brutto oder Netto. So, dann kann ich, wenn ich einen Bestand korrigiere, dazu später mehr, kann ich hier entsprechende Kommentare hinterlegen, also könnt ihr hier sagen Inventur, Abschreibung, Wareneingang oder zum Beispiel Umbuchung, könnt ihr das Ganze speichern und könnt ihr dann später, wenn ich eine Bestandsänderung vornehme, könnt ihr dann eben auch zum Beispiel Umbuchung auswählen. So, das nächste wäre das Bestellwesen, welche Felder im CSV-Export zu finden sein sollen, sprich, was braucht der Lieferant für Informationen, damit er entsprechend korrekt liefern kann. Das kann ich hier entsprechend also auswählen aus der Liste. Als nächstes ist ein großer wichtiger Punkt, automatische Rechnungserzeugung und der Versand. Kann hier sagen Ja oder Nein und könnt ihr hier dann entsprechend auswählen, welche Versandarten oder bei welchen Versandarten soll denn die Rechnung automatisch erzeugt werden und bei welchen Zahlungsarten sollen die Rechnungen automatisch erzeugt werden. Wäre natürlich sinnvoll bei dem Punkt Rechnung. Ich würde mir wünschen, dass das Ganze noch auf Bestell- und oder Zahlungsstatus funktionieren würde. Das heißt, wenn ich eine Bestellung auf komplett ausgeliefert setze, dass automatisch die Rechnung erzeugt wird, automatisch zum Kunden verschickt wird. Aber im Moment ist es so gelöst, dass die Versand- und Zahlungsarten entsprechend relevanter sind. Und kann hier sagen, ich kann die Rechnungen, die verschickt werden, dann auch nochmal automatisch an eine separate E-Mail-Adresse schicken lassen, wo ich dann zum Beispiel mein Rechnungsarchiv mit, ja, mit Pflege könnt ihr hier jetzt sagen, zum Beispiel Rechnungen at mein-shop.de. So, genau. Also, das waren soweit die Konfigurationsmöglichkeiten. Weiter geht es hier an der Stelle mit dem Einkaufen. Sprich, hier kann ich also mein Lieferantenwesen pflegen und mein Bestellwesen pflegen. Ich klicke hier zum einen erstmal auf die Lieferanten, kann dann hier Lieferanten hinzufügen, Name, welche Nummer, also welche einzigartige Nummer diesem Lieferanten zugeordnet wird, meine Kundennummer bei dem Lieferanten, die Anrede meines Ansprechpartners, der Ansprechpartner E-Mail-Adresse, auf die dann später auch die Bestellungen verschickt werden, Telefonnummer, Faxnummer, damit ich alles an einem Ort habe, wenn ich mal diese Information brauche. Ob welche Sprache verwendet werden soll, also zum Beispiel könnte ich hier auswählen, Deutsch in Deutschland, oder ich sage, ich habe vielleicht einen englischen Lieferanten, dann wähle ich hier halt Englisch aus. Kann aber auch sagen, okay, stets des aktiven Hauptshops verwenden, das heißt, in der Regel wird es dann entsprechend Deutsch sein und welche Lieferzeit dieser Lieferant in der Regel hat. Und dann kann ich eben hier auch schon sagen, welche Artikel liefert mir dieser Lieferant. Kann hier entsprechend eine Lieferantenartikelnummer eingeben und könnte hier einen Nettoeinkaufspreis vergeben oder Bruttoeinkaufspreis, wenn das eben in der Plug-in-Konfiguration so hinterlegt ist. Kann hier sagen 99 und die Standardbestellmenge muss meinetwegen bei diesem Lieferanten 15 Stück sein. Das wäre eben, diese Sachen könnte man pflegen. Auf Produktebene kann aber auch sagen, okay, ich habe hier verschiedene Hersteller, die ich über diesen Lieferanten beziehe. Zum Beispiel bekomme ich von dem Lieferanten Beverage Company alles von der Firma Coca-Cola. Kann dann hier das Ganze zuweisen und weiß später alles, was von dem Hersteller Coca-Cola zugewiesen ist, das kann ich dort auch bestellen. Genau. Dann heißt es hier, alle Herstellerartikel dem Lieferanten zuordnen, fertig und okay. Also hier kann ich relativ mit einfachen Mitteln und relativ überschaubar doch sehr schnelle Ergebnisse erzielen, Lieferanten anlegen, Artikel zuordnen, Preise pflegen und könnte hier auch komplette Hersteller zuordnen. Genau. Und als nächstes folgt entsprechend dem Einkauf das Bestellwesen und das finde ich persönlich ziemlich genial. Ich kann hier nämlich relativ unkompliziert und einfach innerhalb von, ich schätze, zwei, drei Minuten am Tag alle Bestellungen ausführen, die wirklich, wirklich relevant sind. Und zwar, ich gehe hier auf Bestellungen erstellen und kann hier zum einen oben das Ziellager auswählen. Also ich könnte auch verschiedene Filialen abklappern und gucken, ob da alles passt. Nehme jetzt hier mal das Hauptlager für den Online-Shop. Könnte hier nach Lieferanten filtern, nach bestimmten Artikeln suchen etc. pp. Okay, was ich aber wirklich genial finde, ist der Punkt, dass ich hier relativ einfach, hoch, dass ich hier relativ einfach zwei Button habe und sagen kann, okay, füge mir alle Artikel, deren Warenbestand, gegebenenfalls, also, füge alle Artikel, deren Warenbestand, gegebenenfalls inklusive offener Kundenbestellung, inklusive Nachbestellungen, kleiner als der Mindestbestand zur Bestelllisten zu. Also das heißt, ich habe einen Artikel, der hat jetzt noch Lagerbestand, über vielleicht alle Lager hinweg, oder in dem Hauptlager, einen Bestand von 1. Ich brauche aber mindestens 2, damit ich immer lieferfähig bin. Das heißt, der Lagerbestand hier wurde, also der Mindestlagerbestand, wurde unterschritten. Dann ist das hier das gelbe Dreieck. Der rote Kreis, mit dem Ausrufezeichen drin, heißt entsprechend noch mehr Handlungsbedarf, wenn ich das denn möchte. Und zwar hier ist der komplette Warenbestand, inklusive aller Nachbestellungen, immer noch negativ. Das heißt, hier besteht dringender Handlungsbedarf. In dem Fall möchte ich jetzt hier die drei ignorieren, mit dem roten Ausrufezeichen, und nehme mir nur diese beiden hier vor. Ich könnte sie jetzt entsprechend einzeln auswählen, und sagen, okay, füge mir das hier links, rechts zur Lieferantenbestellung hinzu, oder füge mir einfach alle Artikel hinzu, die ich entsprechend bestellen muss. Und dann kommt hier schon ein Vorschlag für die Bestellmenge, der Nettopreis, und hier entsprechend genauso die Bestellmenge und der Nettopreis. Und jetzt kann ich das Ganze hier noch anpassen. Ich will nicht 72, sondern direkt 150 bestellen, und ich weiß, okay, wenn ich 150 bestelle, habe ich irgendwie einen geringeren Einkaufspreis, und kann anstatt 26 Cent und 24 Cent aufrufen. Und wenn ich das alles fertig habe, könnte ich hier theoretisch, wird das auch nach den einzelnen Lieferanten sortiert. Das heißt, wenn hier vier Lieferanten Bestellungen entgegennehmen würden, kann ich eben entsprechend auch direkt vier Bestellungen versenden. Kann aber auch sagen, okay, dieses Produkt hier will ich jetzt nicht bei Food Company, weil ich weiß, da ist ausverkauft oder teurer geworden, ich will es bei der Sweets Company bestellen, kann ich auch das hier nochmal ändern, den Lieferanten ändern und sagen, aktualisieren. Und dann habe ich eben meine zwei Bestellungen und kann dann hier manuell, also einzeln sagen, Bestellungen erzeugen oder alle Bestellungen erzeugen. Und wenn ich jetzt hier einfach alle Bestellungen erzeugen sage, dann ist das soweit fertig und habe hier die offenen Bestellungen von heute, dem 7.3.2019. An der Stelle kann ich dann hingehen und das Ganze noch per Mail versenden mit einem Lieferanten, da wird dann automatisch die Lieferantenbestellung dran gehangen als PDF. Ich kann hier das Bestelldokument herunterladen, ich kann es als CSV exportieren oder nochmals bearbeiten. In dem Fall, da es schnell gehen muss, verschicke ich es einfach per Mail, bekomme hier entsprechend die E-Mail-Adresse, die dem Lieferanten hinterlegt ist, kriege einen Betreff, der Anhang und entsprechend schon mal eine vorgefertigte Mail, die ich dann versenden kann. Genau. Also das ist das Lieferantenwesen. Finde ich persönlich richtig, richtig genial und spart richtig viel Zeit. So. Das nächste in Pickware wäre die Lagerhaltung. Die Lagerhaltung ist auch sehr interessant, das heißt, ich kann hier verschiedene Lager anlegen, kann sagen, ist dieser Warenbestand im Shop verfügbar oder eben nicht. Das heißt, wenn eine Filiale, wenn ich auch für meine Filialen bestellen möchte, aber für das eigentliche Online-Shop-Lager ein separates Lager habe, dann macht es natürlich Sinn, das Filialager zu sperren für den Warenbestand im Shop und dass es auch kein Standardlager ist und nur für den Online-Shop sage ich dann, okay, dieser Warenbestand ist hier im Shop verfügbar. Das kann ich entsprechend so anlegen, ist auch sehr übersichtlich. Es gibt einen Namen für das Hauptlager, es gibt einen Kürzel, sage hier, ist der Warenbestand im Shop verfügbar oder nicht, habe hier einen Ansprechpartner, falls es ein externes Lager sein sollte oder ein großes Lager, mit dem ich hier hantiere und kann sagen, die Adresse und noch einen weiteren Kommentar kann ich anlegen. Und dann, sehr interessant ist auch, sind die Lagerplätze, die man hier anlegen kann. Hier sind schon welche vorgefertigt und kann sagen, okay, Lagerplatz A11 und kann dann hier später einen Artikel zuweisen. Also hier kann man tatsächlich vorwärts gehen, könnte aber auch sagen, generiere mir doch bitte mal noch die Lagerplätze. Dann habe ich die Möglichkeiten, verschiedene Komponenten einzufügen und zwar alphabetisch, numerisch oder einen festen Text. Und um jetzt hier ein neues Format zu etablieren, sage ich einfach, ich nehme zwei alphabetische Zeichen, Startwert ist BA und der Endwert ist BB und bekomme dann hier schon die Möglichkeit, Beispiel BA, mögliche Anzahl Lagerplätze 2. Klar, ich habe dann BA und BB. Kann dann hier nochmal sagen, Komponente hinzufügen, fester Text zum Beispiel wäre ein Minus und die weitere Komponente wäre numerisch. Nehme vier Zeichen, das geht so nicht, nehme vier Zeichen, startet bei 1, hört bei 9 auf, dann sehe ich schon von BA 0001 bis BC 0009 könnte ich theoretisch 27 Lagerplätze anlegen. So, die lege ich jetzt hier entsprechend an, sage Lagerplätze erzeugen, Sie sind dabei 27 Lagerplätze zu erzeugen, ja, das will ich machen. 27 Lagerplätze wurden erfolgreich erzeugt, kann diesen Bereich schließen und sehe dann auf dieser Seite meine neuen Lagerplätze. So, also so kann ich relativ einfach und durch eine einfache Logik mir Lagerplätze generieren und diese dann entsprechend später den Produkten auch zuweisen. so gehe ich also jetzt zu den Produkten und nehme mir mal ein Ferrero Hipster, möchte ich jetzt einem neuen Lagerplatz zuweisen und Sie sehen auch hier schon vielleicht diese Ansicht ist etwas anders, als Sie es aus der Community Edition vielleicht kennen. Es gibt hier nämlich jetzt den Punkt Lagerbestand und Lager. So, der verfügbare Lagerbestand ist sozusagen eine Summe aus dem physischen Lagerbestand, der sich aus allen Lagerplätzen hier unten ergibt und dem reservierten Lagerbestand. Sprich, habe ich 100 Produkte physisch im Lager verfügbar und 30 davon schon verkauft, stehen hier nur noch 70, weil ich nur noch 70 verkaufen kann und kann dann hier entsprechend auch weitere Lager hinzufügen. Ich habe jetzt hier einen unbekannten Lagerplatz, das will ich jetzt mal ändern. Ich gehe nämlich hier auf den Stift und sage, okay, Bestand bearbeiten, bearbeite nur diesen Bestand und sage dann, erstmal will ich einen Lagerplatz haben und nehme mir meinen neu angelegten BA0001, Auswahl übernehmen und lagere dort 100 weitere Stück ein. Genau, ich könnte auch, wenn ich nur das Lager ändern möchte, hier auf Umlagern gehen, sage dann hier 100 von Lagerplatz unbekannt nach diesem Lagerplatz BA0001 und kann dann hier aus den Kommentaren auswählen, was ich eigentlich möchte. Und Sie sehen, ich habe vorhin in der Plugin-Konfiguration Umbuchung angelegt und die kann ich hier entsprechend auch wieder auswählen. Also ich könnte aus Inventur, Abschreibung, Wareneingang oder Umbuchung auswählen. Umbuchung habe ich vorhin angelegt und kann das Ganze dann hier speichern, so dass ich dann weiterhin 100 Stück habe, aber einem festen Lagerplatz zugewiesen sind. Genau, das also zu den Lagerplätzen und Sie sehen hier, Sie können verschiedene Lagerplätze nutzen, Sie können auch hier Bestände anpassen, Sie könnten hier noch 15 Stück einlagern zum Einkaufspreis von 1,49 Euro sagen, ich möchte hier den Lagerplätzen zufügen. Genau, für das Lager Darmstadt gibt es nämlich aktuell keine angelegten Lagerplätze, können Sie hier nämlich noch manuell einen Lagerplätz hinzufügen, das heißt hier B1,0002, sage speichern, ist das Ganze angelegt, kann ich auswählen und Auswahl übernehmen, gebe wieder einen Kommentar an, Inventur, speichern und fertig. So, und damit habe ich 113 Stück, insgesamt 113 Stück hier verfügbar. Dann bekomme ich in der Artikelübersicht weitere Reiter, und zwar ist es einmal der Bestand, das heißt, ich sehe hier, was wurde bestellt, was wurde umgebucht und wer hat das Ganze gemacht, also hier eine manuelle Umbuchung von Alter Lagerbestand, Neuer Lagerbestand ist dann 100, geänderte Lagerplätze plus 100 und hier entsprechend Physical Stock Import. Genau, so, dann die Bestellungen kann ich hier einsehen, das heißt, wenn ich mir jetzt unsicher bin, ob es zu diesem Artikel noch offene Bestellungen gibt oder nicht, dann sehe ich die hier, könnte auch eingrenzen hier nach Varianten, das ist bei diesem Artikel jetzt ein schlechtes Beispiel, aber zumindest ist es ja relativ selbsterklärend, wähle ich hier eine Artikelvariante aus, sehe ich hier im unteren Feld, ob dazu eine Bestellung existiert oder nicht, sehe hier die hinterlegten Lieferanten, kann dann hier, das ist ein bisschen schwer zu lesen, die Lieferantenartikelnummer angeben, A, B, C, einen Nettoeinkaufspreis, eine Standardbestellmenge und ob dies der Standardlieferant ist, Standardbestellmenge setze ich mal auf 25 und könnte hier nämlich dann auch noch sagen, okay, bei der General Limited ist das eben die Lieferantenartikelnummer B, C, D, hier kostet das Ganze 1,68 Euro netto, Standardbestellmenge sind hier ebenfalls 25, aber es ist nicht der Standardlieferant, und so kann ich eben mir auch verschiedene Optionen offen halten und relativ leicht am Ende umschalten, wenn ich mal eine Bestellung auslösen möchte, wähle ich mir einfach hier die General Limited aus, wenn zum Beispiel die Food Company nicht lieferbar ist, muss ich halt in einen sauren Apfel beißen und einen höheren Nettoeinkaufspreis in Kauf nehmen. Das gleiche gilt dann für die Lieferungen, hier würde man sehen, was ist der Zulauf, wann wird es kommen, wann wurde was geliefert, um auch zu sehen, ob genug geliefert wurde, ob man vielleicht die Liefermengen erhöhen muss und so weiter und so fort, also das sieht man dann in diesem Lager, kann das in diesem Reiter, kann das hier auch nach Lager entsprechend runterbrechen und auch hier wieder nach der Artikelvariante. Genau. So, das war es zu den Lagerplätzen, zu der Lagerverwaltung und dem Bestellwesen, das was ich tatsächlich sehr, sehr interessant finde bei Pickware und ein großer, großer Punkt ist. Ich habe aber noch weitere Möglichkeiten, und zwar kann ich bei den Bestellungen ich nehme mir mal diese von Leon Vogt, wenn ich nicht alles täusche, genau Herr Leon Vogt und kann hier sagen, dass ich einzelne Teile der Bestellung stornieren möchte. Also er will zum Beispiel Samba Hasenus stornieren, hat das gekauft, braucht es nicht mehr, kann hier direkt sagen, wähle einen Artikel aus, in der Community Edition müsste eine komplette Bestellung storniert werden und nur der Teil dessen, was der Kunde noch haben möchte, müsste neu ausgestellt werden als neue Bestellung. Kann hier also Positionen stornieren, einzelne, kann hier sagen, wie viel, in dem Fall hat er nur eins gekauft, aber nehmen wir an, er hätte drei gekauft und möchte eins zurückgeben, könnten wir hier auch eben die Anzahl ändern, stornieren eins, verfügbar, genau. Verfügbar heißt am Ende, das wird dem Lager wieder zugefügt. Und ich kann hier eine Rechnungsnummer nennen, auf die sich referenziert wird und könnte hier das Datum auf dem Dokument ändern und eine Stornorechnung über die stornierten Positionen ausgeben oder eine Rechnung über die verbleibenden Positionen. Das kann natürlich auch sein, dass gegebenenfalls noch keine Rechnung geschrieben wurde. Dann macht es natürlich Sinn, die Rechnung nur über die verbleibenden Positionen zu schreiben. Ist schon eine Rechnung geschrieben, erzeugen Sie einfach eine Stornorechnung über diese stornierte Position von Samba Haselnuss. Hier haben Sie dann auch noch die Möglichkeit, einen Kommentar auf das Dokument zu drucken und haben hier dann die Möglichkeit, die Stornierung zu bestätigen. Und schon wandert das Ganze in stornierte Positionen. Hier oben bleibt es zwar in der Bestellung mit drin, weil der Kunde es faktisch bestellt hat, aber es wird komplett genullt. So. Und das Ganze sähe dann eben entsprechend auch so aus, dass die Stornorechnung hier so angezeigt werden würde. Genau. Gut. Das war es dazu. Dann habe ich noch eine weitere Liste und zwar eine Pickliste. Und die finden Sie in den einzelnen Bestellungen. Ich nehme mir hier wieder den Leon Vogt und drucke mir hier entsprechend die Pickliste aus. Suche mir hier entsprechend aus dem Dokumententyp Pick-Wer-Pickliste mit dem Datum von heute erstelle das Dokument. Wählen Sie das Lager aus, für das die Picklisten erstellt werden sollen. Klar, ich befinde mich im Hauptlager, so dass ich hier entsprechend dann auch auf die richtigen Lagerplätze zurückgreifen kann und kann hier, so, dann sieht das Ganze nämlich so aus, dass ich hier einmal die Fritz-Limo, die Haribo-Goldbärchen und nicht mehr die eben stornierte Position, wo ist sie hin, die Samba Haselnuss hier drauf finde. Also, das ist die Pickliste, auch sehr, ja, relativ einfach, wenn man sozusagen das Lager ein wenig physisch getrennt hat, dass man diese Sachen dann entsprechend auch schicken kann. Gut, und als letzten großen Punkt finden wir weitere Auswertungen unter Marketing, Auswertungen, Auswertungen und alles unterhalb von Artikel nach Aufrufen ist quasi von Pickware hinzugekommen. Wir können uns jetzt hier sozusagen die Lagerumschlagshäufigkeit anschauen, das heißt, wie häufig wurde ein Artikel verkauft, was ist der durchschnittliche Lagerbestand, was ist die Umschlagshäufigkeit und die durchschnittliche Lagerdauer. Das kann ich mir hier also anzeigen lassen, exportieren, um so die sogenannten Renner und Penner zu finden. Ich kann mir hier das Ganze natürlich auch noch entsprechend sortieren, nach dem, was ich eben so brauche. Und genau, sehe hier, es wurden 276 Stück von Haribo-Goldbärchen verkauft. Der durchschnittliche Lagerbestand liegt bei 263,29, das heißt, die Lagerumschlagshäufigkeit in diesem Zeitraum liegt bei 1, also wurde einmal sozusagen verkauft. Durchschnittlich und die durchschnittliche Lagerdauer liegt bei 27,7 Tagen. Das, wie gesagt, um die Renner und Penner relativ schnell ausfindig zu machen. Das gibt das Ganze hier mit Warenbewegungen, wohin, wie häufig, Rücklauf, Eingang, Abgang etc. pp. Dann gibt es die Abverkaufsquoten, das heißt, wie viele Verkäufe hatte ich bei welchem Wareneingang, wie hoch ist die Abverkaufsquote für gewisse Artikel, kann das Ganze hier nach Shops filtern und nach Kundengruppen, sodass ich auch hier gucken kann, welche Produkte laufen eigentlich bei welchen Kundengruppen, wie gut. Dann habe ich hier Umsatz nach Hauptshop-Kategorien, also Büromaterialien, Genusswelten, Getränke, Nahrungsmittel, habe hier quasi den Brutto-Umsatz, den Netto-Umsatz in einem gewissen Zeitraum, um eben zu sehen, wie gut laufen einzelne Kategorien, um daraus vielleicht Rückschlüsse zu ziehen, wie der Shop bei verschiedenen Kategorien und Kundengruppen beziehungsweise Kunden ankommt. Das nächste ist der Rohertrag, der ergibt sich natürlich immer aus dem Nettowarenverkauf und dem Nettowareneinkauf, auch nach den Bruttopreisen, aber die Nettopreise sind hier natürlich sinnvoller, welche Handelsspanne es gibt und der Rohertrag ergibt sich dann entsprechend aus diesem Zeitraum, wie häufig wurde der Artikel verkauft, wie ist die Differenz zwischen Netto-Einkauf und Netto-Verkauf und daraus ergibt sich dann die Summe, wie hoch der Rohertrag für einen einzelnen Artikel war und kann dann hier noch filtern für die letzte Statistik, Umsatz nach Artikel nach Umsätzen, welcher Artikel hat welchen Umsatz gemacht, in welcher Zeit, um auch hier wieder zu filtern, auch in welchen Filialen laufen, welche Artikel wie gut, in welchen Zeitraum, können hier nach Artikeln und Kategorien eingrenzen und auch hier wieder nach Kundengruppen. Genau, also hier sehe ich dann auch Summe, Artikel, Verkäufe, Gesamtumsatz ohne Versandkosten, die Versandkosten und Gesamtumsatz mit Versandkosten, um hier entsprechend auch zu sagen, was habe ich eigentlich in diesem Zeitraum wirklich verdient und an welchen Artikeln. Okay, das war der große Umschweif zu Pickware. Das Ganze hat im Detail noch viele, viele weitere Feinheiten, auf die ich jetzt nicht alle eingehen kann, weil das Video ein wenig sprengen würde, aber zumindest haben Sie einen guten Überblick bekommen, was bietet Ihnen Pickware, lohnt sich für Sie die Investition und genau, dann hoffe ich, dass Ihnen das Video gefallen hat, dass das Ganze sehr aufschlussreich für Sie war und Ihnen bei einer Entscheidung helfen kann. Ich wünsche Ihnen an der Stelle noch eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss!